Wir machen jetzt einen kleinen Exkurs nach Amerika und zwar ein Saloon ist vor uns, wir sitzen darin, in einer Ecke werden nicht beachtet, wir werden als Europäer sozusagen gar nicht wahrgenommen und da ist eine wundervolle Dame an einem Tisch, die sich schon mindestens eine Stunde an einem Kaffee festhält, ständig das Make-up aufbessert und dann geht die Tür auf. Davor ein schönes Harley-Geräusch. Und die junge Dame wird ganz nervös. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Wer zu viel träumt, verflüchtigt sich. Wer immer frisst, der stirbt von innen. Wer nur Cello hört, wird krank im Kopf. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020